Das Krokodil ist ein echter Überlebenskünstler. Mit ihrer schuppigen Haut, die sowohl im Wasser als auch an Land gut funktioniert, sind sie perfekt an ihre Umgebung angepasst. Übrigens, der Unterschied zwischen Alligatern und Krokodilen ist, dass der Alligator eine Runde und das Krokodil eine spitz zulaufende Schnauze besitzen. Ihre beeindruckenden Kiefer sind mit scharfen Zähnen gefüllt. Einmal zugebissen, gibt es kein Entkommen mehr. Krokodile sind unglaublich starke Jäger, die blitzschnell zuschnappen können. Aber Krokodile sind nicht nur gefährliche Raubtiere. Sie sind auch fürsorgliche Eltern. Weibliche Krokodile legen ihre Eier an sicheren Orten ab und bewachen sie bis zum Schlüpfen. Sie sind unglaublich fürsorgliche und schützende Eltern. Krokodile sind faszinierende Kreaturen, die seit Millionen von Jahren auf unserem Planeten existieren. Sie sind Meister der Anpassung und haben sich perfekt an ihre Lebensräume angepasst. Krokodile. Krokodile sind ein A.